Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod Vorstellung. Ich zeige euch heute das Trailer Traffic Pack in der Vision 1.5. Das heißt, es sind 42 verschiedene neue Trailer für den AI-Verkehr mit dabei. Und die will ich euch hier heute mal zeigen, was hier alles mit dabei ist an Trailern. Dass ihr mal seht, es gibt auch für den AI-Verkehr mal Abwechslungszeichen Trailerverkehr. Das sieht dann auch ganz hübsch aus. Und das ist natürlich gar nicht so schlecht hier. Das bringt ein bisschen Abwechslungszeichen in die Buben hier. Schöner Tanktrailer hier. Oder hier so ein Kip. LKW, ich weiß nicht, was er geladen hat hier. Side-Dumper. Hier auch nochmal. So ein Trailer. Und das ist wie schon gesagt 42 Stück in diesem Paket enthalten. Und dann mischt natürlich den AI-Verkehr enorm auf. Wisst er selber. Macht dann natürlich auch Spaß, mehr Ruhm zu fahren. Logisch, wenn wir einen abwechslungsreichen Trailerverkehr haben. Sonst will ich hier gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe nicht mehr oder viel hinzuzufügen. Wisst er selber. Also das sind 42 verschiedene Trailer für den AI-Traffic-Verkehr. Damit ihr ein bisschen was los ist auf der Straße. Teste ich gerade unter DirectX 11. Läuft wie geschmiert. Gibt es gar keine Probleme. Und sieht dementsprechend auch echt cool aus. Da gibt es echt sehr schöne Trailer sind da hier mit dabei. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Habt ihr Fragen dazu? Dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten wie immer Daumen da lassen. Abo für den Kanal nicht vergessen. Oh, Mutterfühlfunktion spitzst du. Ich glaube der brennt auch gut. Ähm, genau. Also falls ihr eine Mutterfühlfunktion habt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst ein Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß bei diesem Trailer Traffic Pack Version 1.5. In diesem Sinn. Also gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.